Es gibt verschiedene Methoden, um eine technische Illustration zu erstellen. Je nach Ausgangssituation und Anwendungsbeispiel fällt die Entscheidung meist auf einer der folgenden Varianten. Die Nachkonstruktion eines Gegenstandes, das Nachzeichnen von Bildern oder die Weiterverwendung der Konstruktionsdaten. Eine weitere Methode befindet sich gerade in der Entwicklung. Dabei filmt man den Gegenstand bei wechselnder Beleuchtung ab und lässt die Bildsequenz vom Computer analysieren. Die veränderten Lichtverhältnisse erlauben Rückschlüsse auf die räumliche Lage von Flächen und Kanten. Den resultierenden Linien wird einer entsprechenden Konturstärke zugewiesen und es entsteht innerhalb kurzer Zeit eine für die technische Dokumentation typische Strichillustration mit unterschiedlichen Linienstärken. In weiterer Folge sind auch automatische Kolorierungen und Schottierungen möglich. Bei Bedarf auch Grundumansichten.